Willkommen, meine lieben Freunde, hier zu mir, LordEike98, auf dem Kanal Gameshouse. Ja, ich habe mich noch nicht direkt angekündigt, nicht so wie die anderen, und das will ich hiermit tun. Erstmal, ich habe einen eigenen Kanal, da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr wollt, aber das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Ich vertrete hier auf dem Kanal so die Nintendo Let's Plays, könnte man sagen. Also ich habe bei mir zu Hause eine Wii U stehen, habe auch eine Wii, eine Gamecube, alles was halt irgendwie mit Nintendo zu tun hat, weil ich einfach ein riesiger Nintendo-Fan bin. Und das möchte ich diesem Kanal zeigen, ich mache hier einige Nintendo Let's Plays, anfangen tue ich mit New Super Luigi U, ist schon komplett aufgenommen, einfach aus dem Grund, dass ihr nicht auf die nächsten Parts warten müsst. Es sind insgesamt... ne, ne, ich sag's euch nicht, lasst euch überraschen. Ähm, lasst euch von dem ersten Part nicht abschrecken, da bin ich etwas demotiviert, da habe ich auch einen Fehler gemacht, dass ich aufgenommen habe, obwohl ich keine Lust hatte. Das passiert mir nicht noch einmal. Naja, wie gesagt, am 7. Juni kommt der erste und dann kommt der wöchentlich. Je nachdem, wie viele Aufrufezahlen wir haben, bringe ich das auch zweimal wöchentlich. Muss ich gucken. Dann habe ich noch vor, bei Creepworld mitzumachen. Ein Minecraft Let's Play, das ihr natürlich auch alle kennt. Aber dann muss ich erstmal gucken, ob ich mich da einleben kann und was ich da genau machen muss. Da setze ich mich mal mit Mario dran und gucke mal, wie es halt läuft. Gut, das hier ist nur ein kleines Infovideo, einfach damit ihr über mich Bescheid wisst. Ich mache jetzt hier nichts mit Facecam oder so, sondern einfach, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Kanal wird derzeit ein wenig stillgelegt. Ich werde dann die Videos hier auf meinem Kanal verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut rein. Schaut mal, jetzt Playz-Me-News über Luigi U. Ist wirklich gut geworden. Und dann würde ich sagen, viel Spaß euch noch beim Gucken meiner Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim ersten Part am 7. Juni. Auf Wiedersehen und Tschüss.